Cool ist abbauen, das gefällt mir Was müssen wir? Abbauen? Abbauen, ja Abbauen ist cool Oh, schon wieder Offroad Nooo Habe doch keine Chance Mach die Tür zu von dem Auto, man Ich weiß gar nicht wie du leiden wirst, wenn ich dich in die Finger kriege Oh oh Mach mal lieber Nitro Oh, wir können uns raum testen Warte mal so angetestet Alter Aber ich muss dich schützen Ansonsten hätte ich gesagt, teilen wir uns auf Keine Ahnung, aber ich habe seine Jungs anhand Bist du aufgeschoben? Wollen wir zurück auf die Straße vielleicht? Ja Hä? 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 Ja, wir haben es geschafft Wir sind die Besten Ja Stufenaufstieg Wo doch Volt Der fuck Die waren doch direkt neben mir noch Keine Ahnung Vielleicht waren wir einfach zu overpowered Cool 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 Geile Scheiße Einfach Einfach Auf jeden Fall So kannst du weitergehen, dann haben wir bald unsere Traumautos Traumautos Erstens Und die V2? Sie ist weg Tut mir leid, Alex Troy hat sie Ja, ja Alex Okay, ich bin okay Schätze ohne Troy steht mir wieder an Oh, jetzt passiert irgendwas auf der Karte Geländetuning Geländetuning Aber werd erst hier fertig, bevor du an neue Ausstattung denkst Nee, oder? Alle Fahrzeuge zeichnen sich durch Kraft und Vielseitigkeit aus Sie sind ideal für wechselndes Terrain Genau richtig, wenn du nicht weißt, was kommt Geländerausstattung passt da, wo der Straße nicht zu trauen ist Hm Hast du auch Geländetuner freigespielt? Er ist gerade nicht so wirklich Ich hab nur die Story Mission auf Also du hast jetzt nicht in New York den Geländetuner Ja Da hab ich jetzt Geländetuner freigespielt Nö, ist bei mir noch A Stufe 10 Ach so Na okay, ich mag diese Geländekage eh nicht Wir können da jetzt eh noch nichts machen da drüben In Chicago haben wir eine Mission Wir haben Wir haben Ich hab eine Mission jetzt in Chicago Oder Richtung Berge Richtung Yellowstone Chicago ist Stufe 8 Der Chauffeur Geht die bei dir? Ja, ich bin Stufe 8, oder? Ja, ich bin gerade Stufe 8 geworden Dann machen wir die doch mal Ich habe ja den Vorschlag gesendet Ach so Das ist cool, so geht es relativ schnell vonstatten eigentlich Herschel Ja schön Wir sollen ihn durch die Stadt fahren Hallo Herschel Bring mich an diesen Ort, schnell Wir reden unterwegs Ja, geht los Hüpf rein Schwuchtel Bring mich durch die Stadt zum Waterpark Oh mein Gott In einem Stück Der Anzug war teuer Los Seht ihr mich? Ja Und noch Ich komme einfach nicht nach mit der Karre, ne? Ich hätte doch meine Muscle Car nicht Vorliebe Ausschalten müssen Und hätte nach den Werten gehen sollen Ich habe nur geguckt Welche hat der meiste Leistung Okay SRT gefällt mir eh Boah, hier kommen noch die U-Bahnen Stützen dazu Alter, das ist mega fach Oder S-Bahn Ist ja keine U-Bahn Ups Das ist aber komisch, das ist ein höheres Level wie ich und ich bin trotzdem ein dick schneller Okay Deine Karre ist halt einfach irgendwie besser Du willst dein 5-10-ter-tun? Ich kann's dir geben Verhält mir zum V4 und es gehört dir Was brauchst du? V4 Schlage seine Fahrer in meinem Namen und ich bin V4 Und ich bin V4 und A2 und B6 und WTF Ich versteh nur Bahnhof Das ist der Rang von dem Boah Achso Was auch ein bisschen flach ist Man kriegt seinen Rang ja tätowiert Was machst du wenn du uprank hast? Streichst du das dann durch und machst Neues irgendwo anders? Dings dann eben Snacks sind Das hab ich mir auch schon gesagt Juhu Hab's auch geschafft Ausnahmsweise Cool, so Haken, Haken Der Nächste Was gut gemacht To do, check Kevin, check Wieder ne zweiter Krieg wieder nur die Silberkacke Ja, Stufe 9 Motor, Motorkern Stufe 8 Glaubt euch was besseres drin Ne, hab ich nicht Ausstattung Hast du das mitbekommen mit den ähm Wie heißt das? Mit den Vorteilen im HQ? Hast du das schon eingesetzt? Ach stimmt Ja, einmal Da kann ich mal wieder reingehen Ich muss deine Mutter gewinnen Ich muss ins HQ, Junge So Ja, ich weiß was ich hier kann Cool Ah, ich hab neue Teile zum Einbauen Aber die sind alle schlechter irgendwie Ne, das bringt mehr Geschwindigkeit Aber weniger Drehmoment Erklär mir das mal Ich hab hier's auch nicht so ganz Bonus Ähm Getriebe habe ich nichts wirklich besseres Motor, Motorkern Äh Eins Dann geht's hier Ich baue das immer direkt ein Deswegen kann ich fast nie was tun Oh, ich kann irgendwas machen Ah Bessere Bremsen Ja, ich gehe einfach immer ähm unterwegs Hast du doch diesen Schnelltuner Ja Da kannst du einfach das Die besten Sachen Dir automatisch rein klatschen lassen So, Vorteile Ja Ich glaube ich Da haben einen Aufkleber draufmachen Naja Ich habe nur Wie viele Punkte habe ich denn? Acht Ähm Mehr Coop Bonus Soll ich das auch mal machen? Ja Ich habe alles Ich habe alles eins und das obere 3 glaube ich und das mittlere 2 oder das zweite von oben, dritte von oben. Tribal drauf hier. Hmm. Fontaine, Rothschild. 2 Punkte habe ich noch, dann machen wir das noch billiger. Yay! Okay. Also meine Vorteile sind jetzt vorgeteilt. Dann kann ich jetzt hier wieder raus. Jetzt mache ich schnell den mobilen Tuner nochmal. Automatische Ausstattung. Okay. Ah, du bist wieder unter der Erde. Boah, wir sind dann kurz zueinander weg. Wie du wegzuckelst. Boah, wir lassen die drücken. Und... Bringt das was, wenn man sich diese... ...diese Dinger hier anschaut? Da steht immer was von Erfahrung und Geld, aber ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich bekomme. Ah, tatsächlich, die sind dann abgehakt. Gibt es hier auch eine Mission. Fünf. Cool, da gibt es ja sogar fast viel Geld dafür. Was denn? Wenn man dieses Sehenswürdigkeits-Türmchen da anschaut. Einfach das Video starten. Hier, sowas. Das Video starten, beenden, kriegst du mal 2000 dafür. Hätte ich das alles mal viel früher gewusst. Bam! What the fuck? Ops, was auch. Ach. Da ist es mir selbst gegen die Hände gefahren. Hahaha. Dachte ich... Ein Raser wurde gemeldet. Ein Raser wurde gemeldet. Ach, ich kann die um. Hast du gesehen? Was? Irgendwie fünf in der Mission habe ich. Ähm, warte, ich komme auf die Kalle. Ich breche Karo. Eine am Sonnenblumenfeld. Ja, dann machen wir doch die hier, die bei uns gleich in der Nähe ist. Erbitterer Zweikampf. Ich mach mal einen Vorschlag. Ich würde immer hinfahren, da kommt schon die Einladung. Einladung aufstehen, warte auf Antwort. Ich hab angenommen schon. Ich werde schon lade. What the fuck? Niemand hat akzeptiert. Ah, Leute. Ich hab Y gedrückt. Dann A. Bist du jetzt in der Mission? Nö, es lädt die ganze Zeit irgendwie. Ähm, ist es... Dieses Ladebild, wo er immer hin und her wischt, die Gegend? Jetzt bin ich in der Mission, aber ohne dich. Okay, dann mach ich die Mission auch allein. Ich starte ein bisschen auch gleich, ja. Okay, dann mach ich halt allein. Mein neuer Fahrer reicht in der Stadt. Ja, nein. Er hat dich in Detroit herausgefordert. Ja, erinnere mich. Er ist jetzt Troy's Hall. Du bist dann umgedrückt, direkt A und dann bin ich plötzlich alleine in der Mission. Dann bist du ja wenigstens Erster. Ja, das stimmt. Arsch. Du bist wie in dieser Straße rennt. Aber vor mir der geile Skyline. Aber bei mir auch. Der Knochen. Boah, irgendeiner hat Hurensohn gesagt. What the fuck? Da muss dann jetzt ziemlich schnell bei mir. Ja. Kann ich so bestätigen. Boah, ich hab nur gerade so hinterher. Oh, der Mustang hat einen mega Unfall gebaut bei mir. Jetzt klebt mir der Fokus am Arsch. Kann ich eh nicht fahren. Ich bin immer noch vor mir. Dann ramm ihn halt weg. Versuche ihn zu drehen, so wie du es mit mir immer machst. Oh, ich hab ihn weggedrückt, Mann. Ich hab ihn gedreht. Boah, die hängen aber richtig hinten dran, ne? Jetzt muss ich über so ne Brücke. Jo, jetzt kommt 90 Grad Kurve und dann nochmal. Das ist fast, als ob wir zusammenspielen. Juhu. Fuck. Aber du kannst mit ihm wegrahmen. Kann er gegen Clash? Denkst du? Ja, ein bisschen. Ich hab die Hälfte geschafft. Ich auch. Ich hab schon ein wenig Vorsprung, muss ich sagen. Ich auch. Aber nicht so viel. Gucken, wenn die nächste Zeit rauskommt. Minus. Also nur 30 Sekunden halten. Ja, schon wie es bei mir ausschaut. 7 Sekunden. Toll. Vorsprung. Das ist mal ne Hausnummer. Der scheiß muss sagen, der hängt mir so am Arsch. Also mir hängt gar nichts am Arsch. Der hat für mich auch keinen Unfall gebaut. Oh, jetzt hab ich nen Unfall gebaut. Hot Nitro. Drei Sekunden Vorsprung. Da haben wir noch drei. 3,013. Oh, fuck. Noch nen Unfall gebaut. Ich glaub, jetzt kommen sie wieder. Was ist denn? Ja, keine Ahnung. Die fahren ja da und rein, die Frecke. Wie lang geht das noch? Zwei Checkpoints. Eins. Ich hab das. Einen. Wir brauchen nur noch einen. Fingst hoch und dann eine lange Gerade. Kannst voll Nitro reinhauen. Oh, jetzt kommen sie aber nochmal nahe hier, die Penner. Fuck. Nitro. Jawoll. Mein Ding. Gold, Baby Gold. Silber. Wie Silber? Ich hab Silber bekommen. Mission erfüllt. Ja ja. Ich hab auch ne Silber. Schwul. Das ist Gold.